ist dieser koffer der schlüssel zu den proben eines medikamenten das wäre eine große sache doch sie sind da ich war dahin sehen was sie haben sie haben ich habe nur anders umgegangen wie sie ja ja ich habe vorne auf sie gewartet ich war noch nicht draußen schönes gebäude gar nicht zu uns also gehe ich noch ja und packen uns die doch mal wo die denn? oh gott was ist denn da denn? gott was ist denn los? war es schon? hm 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 ja mein Näschen macht ein bisschen Problems gerade weil ich meinte ich meinte dass sie so leicht gestorben sind da das fand ich ein bisschen doof aber ich bin so leicht gestorben? ja also wir gehen jetzt zum kapitol sie wissen was das ist ne? ach hör auf das ist da hinten da die Inseler ist da im Moment sehe ich gar nichts genau vor ihnen Diorimo ich kann mal hier oben gucken ob hier irgendwas ist in der Sachen doch hier ist doch was aha bei ihnen ist was bei mir auf der seite waren die hier fliegen auch richtig die Kühe hier ja warten sie mal ab oh ja der Xiaomi mann ich hasse den Xiaomi mann nein ich hasse den ich mag den nicht oh hier steht die Air Force One wo? oder hier liegt die eh besser gesagt die Air Force One ehrlich? wo denn? na da was? da oh da hinten sind Gegner da gibt Xiaomi mann oh 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 krass das ist die Air Force One ok die Maschine des Präsidenten ne seine Oma ach Herr Hoxton oh ein einfaches Ja oder Nein hätte doch gereicht ist die doof ja Leute ich kann dazu nichts mehr sagen ich hab doch ne wäre doch besser ich glaub ich dieser Mann hier im Kampf unerlässlich aber nur du mischst euch am Ruhmann also wirklich oh scheiße das hab ich gemeint läuft genau in seinen Verderben weiß gar nicht wo sind sie denn wo ist sie denn? da sind sie sind sie jetzt abgehauen? kommen die sind abgehauen ja die haben aha die haben wen abgehauen wo sind sie denn? ähm ähm kommen sie mal hier rein oder ich bin dabei lass uns weiterlaufen einfach ja laufen weiter sie sie haben auf einmal geschrien wie ein kleines Mädchen ich hab nicht geschrien da ist das Kapitol warum müssen wir denn so ein Umweg laufen hier? kommen wir da nicht durch doch hier müssen wir da ja wahrscheinlich hier ah es fängt schon wieder an zu regnen überall wo sie sind ist regnen ey was? das ist ja schlimm keine Nähe keine Nähe so da sind wir wenn wir das Kapitol einnehmen schwächt das die True Sons enorm aber die Hauptsache ist der Koffer den Präsident Alice an Bord der Air Force One bei sich hatte Kelso wartet in einem Helikopter und holt den Koffer ab sobald sie ihn gesichert haben wenn Alice die Wahrheit sagt hängt viel davon ab dass wir ihm diesen Koffer drehen komm schnell ach du Scheiße zack 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 Herr Hoxton feuert wahllos wir müssen hier rein lauf haua haua wo sind sie? immer hier haua oh go ich warte nur auf sie immer hier hoch haua haua ich mach's mal ein Rolli stell mal hier ein Geschütz auf ich komme nach oben bestanden da bin du keine Dickung das Geschütz kaputt oah das ist mein Geschütz das nach oben war das nach oben wenn der so umballert kaputt war ich geh mal hier runter Oh nein! Ich will ihn nicht kaputt machen. Boah, alter Belly. Aua! Ja, wo bist du denn? Scheiße! Scheiße! Aua! Der Schütze hat mich erwischt. Mörsam, meine ich. Boah, Leute. Boah! Da kommt wieder welche. Und rechts. Guck mal vor, weil die hier volle Schütze haben. Boah, alter. Boah, jetzt schießt der da genau, wo ich hin will, ey. Sau Socke. Komm doch zurück, die kommen doch alle. Ja, wunderschön dabei. Meine Güte. Oh! Wir müssen da rein. Na Vorsicht, bei ihnen kommt der nächste Mörser. Da legen wir da rein. Hier ist ein Gelber! Ich bin down. Aua! Da ist ein Gelber drin. Aua! Ja. Ja. Nein, nein, nein. Glaub ich nicht. Kommen sie. Ah, okay. Sie sind schon wieder schneller. Ja. War hier ne, ne Moonkiste oder so? Langsam anfangen. Ja. Ja. Heftig, oder? Lauf einfach. Wir müssen dieses Gelände sichern. Aua! Oh! Oh! Was ist denn der Gelbe? Der muss ja irgendwo hier sein, ne? Ja. Feindliche Verstärkung nähert sich ihrer Position. Ihr Schütz! Lasst bloß auf! Ah! Boah! Wo ist denn der Gelbe überhaupt? Boah! Scheiße! Bleiben sie zurück hier! Warum nicht wo der Gelbe herkam? Der Gelbe war da im Bunker. Im Bunker? Ja. Locken sie den mal raus. Ich hab ganz andere Probleme. Sind nicht mehr viele Gegner. Verstanden. Aber ich denk mal der Gelbe, der wird da noch kommen. Oh! Oh! Aua! Mein Geschütz ist kaputt. Mein Geschütz ist kaputt. Mein Geschütz ist kaputt. Respawn. Da oben ist der Gel... Ne, das ist nicht der Gelderwein. Wir müssen weiter. Aua! Scheiße, mich hat's voll erschrocken. Verwischte. Ja, das ist gut. Holen sie... Ne, sie brauchen nicht kommen. Ist gut. Gucken sie auf ihre Gesundheit. Das Problem ist der Gelbe. Der möchte ich erst hier einmal rauslocken. Gibt der schon weg, der Gelbe? Ja, komm mal! Frag nicht so viel! Ich seh genauso viel wie du! Ich hab keine Ahnung, ob der weg ist. Ich muss hier weg. Aua! Ali, komm her! Hier ist Munition! Scheiße, 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 scheiße! Ach, Mann, ey! Mein Agent braucht Unterstützung. Bleib am Leben, bleib am Leben! Bleib am Leben, sag' ich. Die linke Flanke, musst du links rüberkommen, aber da ist ein Lidler Launebär. Meist mal eine Rolle hin. Du liegst genau da, wo der Mörser einschlingt. Du liegst total beschissen. Wie soll ich da nicht rankommen? Komm, der lila Blaunebär kommt hier hoch. Hä, wo ist der denn? Da. Hier ist doch keiner. Doch, der kommt hier. Ich muss weg, weil der Mörser kam. Ich kann dich nicht holen. Der lila Mann, da kommt, passen Sie auf, da kommt einer von links. Da sind zwei hier oben. Da sind zwei hier oben. Schauen Sie auf. Ne, bleiben. Machen Sie erst die beiden weg. Meistens so eine Rolli. Welche beiden? Ich seh' doch überhaupt niemanden. Richtung Kapitol. Da sind die Rohre. Da. Kommt wieder einer. Der Rettner hinten. Sehen Sie den? Da ist hinten so ein Häuschen. Genau da. Oben ist auch ne... Ach du Scheiße. Oben sind vier Stück. Die schießen grad auf Sie. Ich seh' das. Nehmen Sie mal ein bisschen, äh... Nein! Lass mich doch erstmal in Ruhe. Ich seh' das doch. Du musst mir doch kein erzählen hier, Mann. Weiß. Ich kann da nix machen, ey. Die ist wieder lila... Oh. Aber warte mal. Da ist doch keine Neustart-Zone. Ich kann doch nochmal neu starten, ey. Warte mal. Ich komme. Warte mal. Was haben Sie gesagt? Da war ne Moonkiste hier? Ganz am Anfang ist ne Moonkiste. Okay. Sauber. Den Auto vor allem hab ich nur sofort neu gestartet. Ja, weil du viel zufrieden hast, wie du zu tun hast, mich voll zu fatteln. Oh. Herr Hoxton. Was ist denn hier los? Ja. Halt. Stimmt. Ich konzentriere mich hier dann wie vom Mörser nicht hier drin. Aua. 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 Was ist denn hier los? Ah, der Mörser. Spring doch weg hier, ey. Wo ist denn hier einer? Ich mach's mal in Rolli. Da. Vorsicht, weg! Geh doch da, bitte hier. Mein. Oh, ey. Miri. Komm mal an dem Ganzen. Ja, du brauchst doch nur springen, Mann. So einfach ist das nicht. Da ist der Gelbe. Weg da! Miri, weg da! Miri, weg da! Boah. Du stehst da hinten. Du siehst das schon. Ich seh das doch nicht, wenn das hinter mir einschlägt. Ey! Ich hab's dir weg da. Ich werd mir voll abgefallert. Ja, der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der Gelbe ist noch. Der Gelbe rennt da noch rum. Das ist halt übrigens ein Heile, Mann. Ja, da musst du den weg machen. Der Heile. Weg da! Miri! Mann, du siehst das doch, wenn's um dir rot wird, oder nicht? Ich seh das nicht. Mein Gott, ne, ehrlich. Ich seh das nicht nochmal. Doch! Nein, ich hab nach vorne geguckt, um den Gelbe zu fliegen. Wenn du siehst, wenn's um dir rot wird, dann kannst du doch abhauen. Weg da! Ich kann doch nichts machen hier im Krieg-Modus. Wie soll ich denn da was machen? Himmel, Herr. Scheiße! Ja, leck mich doch am Arsch, Mann! Kann man sich so anstellen, ey! Agents getötet! Nochmal! Wenn ich da vorne schieße, seh ich das! Nein! Doch! Doch! Weil der Kreis, wenn der Mörser kommt, um dich rot wird! Und das siehst du! Ich bin das Zielfernrohr! Ich seh das doch gar nicht! Ja, dann mach doch das Zielfernrohr weg! Du brauchst es doch gar nicht! Das hab ich ja kein... Ich mein, das normale Objekt! Wie scheiße hier, Mann! Jetzt bin ich hier durch, ey! Aua! Das ist doch nicht so schwer, ey! Ja, komm her, du Arschloch! Ja, danke! Das war sehr gut! Oh Mann, ey! Ich seh grad dich! Ich seh den Scheißgelben! Wo denn? Ach, da kommt er, ja! So! Guck wieder! Das ist ein Mörser, ey! Der heiltste da oben alle! Der ist aber gleich weg, der Gelbe! Ah, ich seh das nicht! Das ist ganz minimal, was ich da seh! Was? Der heilt alle! Der heilt alle! Der heilt alle! Ich selber auch! Scheiße! Schaut mal, ey! Es ist schon wieder hier, ey! Ich glaub' das nicht, ey! Ich hab' die Schnauze voll hier! Jetzt ist er weg! Ich bin oben! Ich bin halb oben! Komm her, hier ist Muni! Ja! Komm her! Warte, ich muss doch da hinten einsammeln! Merken sie was? Oh! Hä? Keine Mörser mehr! Guck mal ja in Ruhe ein... Moment, Mörser nicht mehr, aber das geschützt ist mal da! Ja gut, er schießt da noch auf irgendwas! Hä? Welches Zollerchen wollen sie denn? Irgendwo ist der Zollmieter! Ich hab'... Ich hab'... Ich hab'... Ich hab'... Ich hab' da oben! Ist eigentlich scheißegal, wie! Dann machen sie mal auf! Aber das machen wir erst beim nächsten Mal! Bis dahin! Ciao! Also Leute, bis dann! Ciao! Tut mir leid, aber...